Leipzig Aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeit bei der gleichen Begegnung, bei der drei Konstellationen Revanche an dem Konto-Finale des 2.0-Kommels Obst, natürlich noch Revanche hier in den Marken Da haben wir jetzt eine liefene Wohle Also, gute Hauptmannschaft Ansonner geht's mit dem VfC Bei der 2.0-Kommels Unternehmenssammenspiel Einfach der 13.0 Das ganze am Gegenwart zum Norden in meiner Deutschland 13.30 Uhr stand in meiner Anseln Wurz der Rundfunk, der 19.000 der Erdnöcke Danke, dass der Mannschaft so zu kohlen unterstützt hat Dabei leid es nicht Heute war immer noch ein WurzF Group von der Freien Das geht's mit dem Trauer Bei der 19.0-Kommels Die Mannschaft, der geht der Mannschaft Weiz der Rundfunk Für Kurschhoff kommt gut, geht weiter runter, kommt nach Hause, lasst euch noch ein mehr Fett und noch irgendwelche Staus und Schuss und Ballmannschaft. Kommt uns ein, noch einmal, erst einmal nicht, mal ein ein, und am anderen von die Türen dort noch einmal ein Block, weil es das sehr klein ist. Es ist arg und sinnlos, was es noch macht. Kurschhoff hat gewonnen und es ist jetzt nicht noch irgendwelche Klammern im Stadion. Danke. Ich glaube, das ist doch großartig. Ich glaube, das hat sie auch wieder gegen die Türen. das ist doch großartig. filmingivieren und lenken. Kurschhoff hat gewonnen. Das ist doch die Zeit von mir, die Zeit von mir. Das ist doch gut, dass sie sich jetzt die Zeit abbeidet. Die Zeit von mir verh Trinity ist ja, nicht. Das ist doch so großartig. Dankeschön. Kurschhoff hat gewonnen. Kursch! Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön! Applaus 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 Applaus